Denkt dran, Leute, unbedingt, wenn ihr uns abonniert, unbedingt hier diesen Haken reinmachen, unbedingt hier draufdrücken und dann aufspeichern und dann seid ihr super cool! Ich ziehse hinter schwedische Garzine! Schnapp mal das Krokodil, Krokodil, schnapp! Ich glaub, was du hast, nigga, gib ihm was ab! Alle Leute wissen, was das Krokodil macht! Das Krokodil wieder in der Nachbarschaft! Ja, Leute, was gab's, glaubst du hier, Backup-Stadt, wir schnell kurz zum weiteren Gameplay.com, hier auf meinem Non-Musk-Kernschild und erst mal was zum Gameplay und zwar seht ihr da heute einen Solo, 98 Sekundenklar, auf Newklan in Core, in Hardpoint, das Spiel des Ganzes von Trunks, aka Rarity und der hat jetzt seinen Namen genannt, aber auf seinem Channel heißt er noch Trunks, deswegen, weil er wie gesagt seinen Namen nicht ändern kann, aber er heißt jetzt Rarity. Und auf jeden Fall schaut bei ihm vorbei, für das krasse Gameplay, lasst ihm ein Abo da, wäre nice, wenn er die 100 Abonnenten vollmacht oder so, er ist, glaub ich, kurz vor seinen 100 Abonnenten, deswegen wäre es auf jeden Fall nice, wenn ihr ihn abonnieren würdet und ja, Jungs. Und zwar wollte ich heute über das 4K-Abo-Special labern ein bisschen und deswegen, wir hatten uns eigentlich so gedacht, vielleicht könnte man in 6, gegen 6, 2 Cup in B.O. 2, äh, was für B.O. 2, in B.O. 3 machen und auf jeden Fall in B.O. 2 kann das ja immer mega geil an und so weiter, wir haben ja keine 2 Ws gemacht, aber vielleicht kann das auch in, B.O. 3 abgehen und deswegen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das in Ordnung findet oder ob ihr irgendwas anderes nice findet, wie B.O. 1 Cup dann auch streamen oder das Finale dann hochladen oder so, keine Ahnung, müssen wir dann auch schauen. Aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder ob ihr irgendwas anderes besser findet, wie, keine Ahnung, irgendein anderes Beispiel, könnt ihr ja dann in die Kommentare schreiben. Und das Gepli neigt sich jetzt auch langsam mit dem Ende zu, deswegen schaut auf jeden Fall bei Trunks vorbei, aka Rarity, lasst ihm wie gesagt ein Abo da und bei mir könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.